Tipp 85. Grillen auf dem See. Ja, am Ufer hocken kann ja jeder. Wir grillen heute auf dem Wasser. Am Dutenhofener See zwischen Gießen und Wetzlar in Mittelhessen kannst du Grillboote mieten. Das sind runde Boote aus Kunststoff, Donuts heißen die, mit einem Elektromotor. Man sitzt da mit bis zu neun Freunden in der Runde, in der Mitte steht der Grill und dann wird auf dem See gegessen und getrunken. Geil. Wenn ihr ablegt, ist der Grill schon an, Teller, Becher, Besteck und Soßen sind dabei, Getränke kauft ihr vorher am Ufer, bringt euch einfach was zum Grillen mit, also was für drauf, vielleicht noch Musik? Das mal mit Freunden im Sommer ist ein Riesenspaß.